Vieles kommt unter den Hammer. Die Reste der insolventen WSF Bicycle Technology GmbH aus Regau werden versteigert. Neben Transportwagern kommen auch Mülltonnen, Matratzen, Werkzeuge und Sessel unter den Hammer. Die Firma hatte Anfang Juli ihren Betrieb eingestellt. Jetzt läuft eine Online-Auktion auf Aurena.at. Am 12. August werden nun 839 Positionen versteigert. Die Hallen der Firma sind bereits leer. Trotz des Fahrrad- und E-Bike-Booms führte die hohe Inflation und die dadurch gestiegene Lagerbestände zu einem Nachfrageeinbruch und schließlich zur Insolvenz. Der Insolvenzantrag wurde am 24. April 2024 gestellt.